Hallo, ich begrüsse euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute etwas anders, heute habe ich kein Set oder Mock oder irgendetwas zu zeigen, sondern ich wollte schon länger meine Abo-Animationen, ich habe ja zwei mal heruntergeladen, aber die beiden gefallen mir nicht so ganz. Ich sehe auch die Leute, reagieren nicht viel. Ich weiss nicht, ob es mit dem liegt oder auch andere Probleme. Bei mir wird seit Längen nicht mehr abonniert. Deswegen habe ich gedacht, heute halb ich ein bisschen Zeit, mache ich mir selbst eine Animation und die ist relativ gut gelungen. Ich werde euch zeigen. Am Anfang sieht man natürlich Kai, deswegen passt natürlich diese Animation eher zu dem Thema, was ich ja mache mit Klimbaustein, also Lego Klimbaustein allgemein. Und deswegen habe ich als Dings, wo ich, also Kai habe ich reingesetzt und der habe ich nicht selbst animiert, da habe ich heruntergeladen, das ist eine GIF Datei. Und habe dazu natürlich noch die Geräusche eingesetzt und Musik und das Abo eingeblendet, also das Einblende vom Abo, das habe ich alles selbst animiert, also zusammengestellt mit meinem Schnittprogramm, wo ich auch die Videos schneide. Ich hatte dafür alles drum und dran, bis man das Ganze richtig zusammensetzt und anderthalb Stunden, also das ist relativ schnell gemacht. Okay, und jetzt nun zum Video. So, jetzt habe ich das Video gesehen. Es ist sicher besser als das andere. Also mich selbst gefällt das einiges besser. Und ab heute werde ich das als eben meine Abo-Animation reinsetzen. So. Und das habe ich, wie gesagt, anderthalb Stunden gehabt, um das Ganze zu machen. Relativ schnell. So, und nun habe ich nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao und bleib mir gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.